Was ist geiler, du befreitest? Warum gibst du mir keine Rückendeckung? Äh, Mom. Was? Kann ich auch nochmal spielen? Kann ich auch nochmal spielen? Was hast du für behinderte Freunde in den letzten fünf Runden nicht einen Sieg? Wir spielen halt noch nicht so lange Warzone. Ihr seid erbärmlich. Guck mal, Patrick hat nicht mal vier Kills. Patrick, du bist ein ***. Mom, ich will, dass du jetzt aus meinem Zimmer verschwindest. Das ist mein Haus und damit auch mein Zimmer. Ich hasse dich. Und ich hasse es, dass du so scheiße Warzone spielst.